Hallo Dietlinde. Hallo Leon. Du hast eine philosophische Praxis in Erfurt und kannst du gut sagen, was für Aktivitäten du hast in dieser Praxis? Ja, ich habe verschiedene Felder, zum einen biete ich Einzelgespräche an, ich mache viel mit Kindern, ich philosophiere mit Kindern und ich arbeite zum Beispiel auch mit Hospizgruppen zum Thema Sterben und Tod und Trauer und ich halte Vorträge in der Volkshochschule, es gibt verschiedene Felder. Kannst du etwas erzählen, was du machst mit Gruppen und Individuen, Privatpersonen über Sterben und Tod und Trauer? Ja, also Privatpersonen, die zu mir kommen, sind meistens Trauernde, die schon länger trauernd sind. Also sie kommen nicht zu mir, wenn es ganz akut ist, wenn also der nahe Mensch gerade erst verstorben ist, sondern sie kommen zu mir nach einer längeren Zeit, wenn sie merken, dass sie mit ihrer Trauer immer noch beschäftigt sind und dass das Umfeld, also die Verwandtschaft, die Kollegen nicht mehr mit ihnen darüber reden wollen, wenn sie also ausgereizt sind. Dann kommen diese Menschen zu mir und haben einfach das Bedürfnis, über ihre Trauer zu reden, die eine andere Qualität hat als am Anfang, als der Angehörige verstorben war. Und das Bedürfnis nach Gespräch ist sehr groß. Kannst du etwas sagen über diese andere Qualität? Ja, sie haben schon eine gewisse Distanz zu dem ersten Schmerz und sie wundern sich, dass ihr Herz nicht ruhig wird, dass sie also immer noch damit beschäftigt sind, dass sie Träume haben, wo der Verstorbene auftaucht. Und jetzt ist keine Möglichkeit mehr gegeben, sich mit jemandem auszutauschen, weil diejenigen es einfach nicht mehr hören wollen. Die sagen dann, du musst weiterleben, du musst dich damit abfinden, denk doch wieder an was Neues. Das können sie aber nicht. Und deswegen suchen sie das Gespräch bei mir. Und was machst du als Philosophin in diesem Gespräch? Der Anfang ist, dass ich zuhöre, aufmerksam zuhöre. Das Bedürfnis zu reden ist sehr groß. Das ist der erste Schritt immer bei allen. Das habe ich jetzt schon mehrfach gedacht. Man kann nicht gleich in ein Gespräch eintreten. Das geht erst im Laufe der Zeit. Und dann... Ist das dann auch etwas, was Sie in Ihrer eigenen Umgebung nicht können? Ja, nicht mehr können. Weil die Umgebung empfindet es so, dass es immer dasselbe ist, was die sagen. Die sind vielleicht auch schon nicht mehr in der Lage, Nuancen zu erkennen in der Reflexion des Trauernden über seine Trauer. Deswegen muss ich immer erst mal nur zuhören. Allerdings aktiv zuhören. Und in einem nächsten Schritt können wir daran arbeiten, wo die Trauer angesiedelt ist. Wem die Trauer gilt? Gilt die Trauer dem Verstorbenen, der nicht mehr da ist, dem Abwesenden? Oder trauer ich um etwas in mir selbst? Bin ich traurig über mich selbst? Weil ich anders leben muss, weil mein Leben gestört wurde durch den Tod? Ist das nicht ein schwieriger Schritt für diese Menschen, die so trauen? Ja, das ist, ich frage zuerst, worüber trauern Sie? Worüber trauern Sie? Und die spontane Antwort ist immer über den Verlust des, also dass meine Tochter nicht mehr da ist und dass mein Mann nicht mehr da ist. Das ist die erste Antwort. Und dann frage ich weiter, und was ist mit Ihnen, was passiert dann mit Ihnen, wenn Sie sagen, mein Mann ist nicht mehr da? Und dann kommen diese Überlegungen, ja, mein Alltag ist anders, ich muss jetzt alleine zurechtkommen. Ich denke darüber nach, was meine Tochter noch hätte machen können in ihrem Leben, wie ihre Zukunft nicht mehr da ist. Und dann frage ich immer weiter, und was ist mit Ihnen in Ihrem Inneren? Worüber sind Sie wirklich traurig? Dass ich alleine bin? So geht das immer einen Schritt weiter, bis die Erkenntnis da ist, dass die Trauer nicht dem Abwesenden gilt oder nicht in erster Linie, beziehungsweise nach der längeren Zeit, die schon verstrichen ist, nicht mehr dem Abwesenden gilt, sondern sich selbst. Es ist eine Art Selbstmitleid, ohne negative Konnotation. Diese Wendung, ist das immer leicht für die Leute? Nein, manchmal sind sie erschrocken, weil in unserer Gesellschaft so etwas ja nicht anerkannt ist. Man trauert um den anderen, um jemanden. Deswegen geht man auf den Friedhof, um an den anderen zu denken, an den verlorenen Menschen. Und die Wendung nach innen zu sich selber, da sind manche erschrocken drüber. Und müssen dann auch lange darüber nachdenken. Ich habe auch schon erlebt, dass jemand, nachdem wir darüber gesprochen haben, eine ganze Weile nicht mehr kam. Und dann habe ich so gedacht, oh, jetzt bin ich wohl zu weit gegangen mit diesen Überlegungen. Aber es kam dann doch wieder ein Anruf und das Gespräch ging weiter. Die Person hat einfach selber darüber nachgedacht für sich und erkennen müssen, ja, ich trauere, weil ich nicht mehr so leben kann, wie ich will, weil ich gestört wurde in meinem Sein durch den Tod des Anderen. Ich möchte gerne noch mehr wissen darüber, aber für jetzt möchte ich noch etwas hören über, was du machst, die philosophischen Gespräche im Horst Spitz. Das machst du mit Gruppen dann? Ja, das sind ehrenamtliche Menschen. Also Menschen, die in ihrer Freizeit nebenbei Sterbende begleiten und auch die Familien der Sterbenden unterstützen. Also sie sind immer ganz nah am Sterben eines anderen Menschen, begleiten ihn einfach mit ihrer physischen Anwesenheit. Sie geben dem Sterbenden zu trinken. Sie wischen ihm den Schweiß ab und sie halten die Hand. Sie sind da, wenn jemand stirbt. Eine wunderbare Arbeit, die die machen. Also ich habe eine große Bewunderung für diese Menschen. Und ich arbeite aber mit ihnen an der Überlegung, wie sie selber sich zu ihrem eigenen Sterben verhalten würden, wenn es dann mal so weit ist. Sie beobachten die anderen beim Sterben. Sie erleben das fremde Sterben. Und ich möchte mit ihnen über das eigene Sterben nachdenken. Darüber sind diese Menschen oft sehr dankbar. Warum? Was ist diese Dankbarkeit? Die haben ganz viel Weiterbildung. Sie werden geschult im Umgang mit verschiedenen Methoden, wie man Musik einsetzt oder wie man Gespräche führt mit den Angehörigen. Es ist immer dem Anderen zugewandt. Und sie selber reflektieren dann über das Sterben für sich allein. Und das Angebot, was ich mache, ist eben der Austausch darüber. Dieses gemeinsame Nachdenken über das eigene, über vielleicht auch die Angst, die in ihnen entsteht, weil sie sehen und erleben, was Sterben für Schmerzen bereiten kann, wie qualvoll das sein kann. Und ihre eigene Angst vor dem Sterben vielleicht dadurch sogar genährt wird. Die Angst, die wir alle haben vor dem Sterben. Und darüber rede ich mit ihnen. Auch darüber, warum wir überhaupt Angst haben. Nicht nur vor dem Sterben, sondern auch vor dem Tod. Vor dem, was dann kommt. Und danach ist Schluss. Das ist wie eine Mauer, wo wir nicht wissen, was dahinter ist. Und das kann ja ein Grund sein, warum wir so eine Angst haben. Weil wir darüber nicht verfügen können, was danach passiert. Ob da was passiert. Niemand kommt und erzählt es uns. Weil diejenigen, die gestorben sind, sind fort. Und diese Ungewissheit, diese Unverfügbarkeit des Todes bereitet uns Angst, weil wir gewohnt sind, die Dinge im Griff zu haben. Oder wir hätten es gern im Griff. Und wir haben hier in unserem Leben auch viele Möglichkeiten, etwas im Griff zu haben. Nur den Tod, den haben wir nicht im Griff. Der hat uns im Griff. Und diese Überlegungen, darüber zu sprechen, das tut den Menschen gut, die immer die anderen beim Sterben begleiten. Du machst das in eine Gruppe, aber sie können das auch dann teilen. Wie sie selber diese Arbeit, ist nicht das gute Wort, erleben. Das können sie untereinander auch teilen. Das ist auch wichtig wahrscheinlich. Sie sprechen miteinander. Aber das machen sie sowieso. Sie haben so etwas wie Supervision. Ja, ja. Sowieso. Aber dann sprechen sie halt immer über ihr Erleben mit dem anderen. Ah ja. Nicht eine selbst. Vielleicht auch vor, sie sprechen, ich bin bei der Supervision ja nicht dabei, aber sie sprechen da sicher auch über ihre eigenen Ängste. Nur nicht in diesem philosophischen Blickpunkt, den ich da mit hineinbringe. Ich spreche auch mit ihnen über das Thema Zeit im Zusammenhang mit dem Sterben. Dass wir ja, wir sind gewohnt, die Zeit in einem Strahl zu denken. Und am Ende unseres Lebens ist die Linie vorbei, abgeschnitten. Und dann stelle ich Ihnen das Modell der Kreiszeit vor. Das gab es bei den Vorsokratikern. Und Nietzsche erwähnt das wieder im Zachathustra. Wie es wäre, wenn die Zeit sich im Kreis bewegt und wir alles immer wieder erleben. Und jede Entscheidung in unserem Leben immer wieder treffen müssen. Alles, alles, immer wieder, ohne dass das jemals zu Ende wäre. Und das ist ein erschreckender Gedanke für viele, weil dann sagen sie, gut, dann ist es doch besser, den Tod vor sich zu wissen, damit alles, was wir hier tun, einen Sinn hat. Oder zumindest einen Sinn bekommen kann, wenn wir dem einen Sinn geben wollen. Diese Kreiszeit erschreckt die Menschen. Und das erleuchtet auch. Es gibt ein gewisses Bewusstsein, das einzusehen. Ganz genau. Damit kann man das Ende anders betrachten. Ich möchte noch, wie kommst du da? Bist du da angestellt? Oder bist du, wie hast du diese Hospiz gefunden? Oder wie hat das Hospiz dich gefunden? Ja, das läuft manchmal so über, einer erzählt es dem anderen. Also jemand wusste, dass ich mich mit diesem Thema besonders beschäftige. Und dann gab es so eine Hospizgruppe, nicht in Erfurt, in einer anderen Stadt in der Nähe. Die sind auf mich zugekommen und wollten, dass ich dort eine Weiterbildung mache. Dann hat die Hospizakademie in Erfurt davon gehört. Und ich habe da ein Angebot unterbreitet für ein Seminar. Und das hat dann wieder jemand gelesen. So läuft das. Also das sind so Schneeballprinzip, dass ich das, ich gehe jetzt nicht hin und sage, ich bin hier und ich will mit euch darüber reden. Das mache ich nicht. Die kommen schon zu mir. Aber du bist da als sozusagen freie Philosophie, die von außen kommt und dann auch diese Außenposition hat vielleicht. Ja, ja, ja. Ich komme da einmal hinein in diese Gruppe, die ja schon existiert und mache mit denen so eine Art Weiterbildung. So bezeichnen die das als Weiterbildung, weil sie regelmäßig sowas haben und erfahre im Gespräch viel über diese Menschen, auch über das, was sie tun. Und sie sind aber auch sehr, sehr dankbar über den völlig neuen Blick auf ihr großes Thema. Sie denken immer in diesen karitativen, gebenden, das ist so der Ursprung der Hospizarbeit, das ist auch in Ordnung. Aber das philosophische Bedenken des Sterbens auch als aktiven Prozess, Sterben ist ein Verb, also Sterben ist ein aktiver letzter Akt im Leben. Das beobachten die immer, wenn jemand stirbt, aber sie denken darüber nicht so nach. Und das ist für die bereichernd. Ja, und nicht nur über diesen Thema, aber auch nicht über, wie sie selber da hineinbezogen sind. Ja, das ist sehr interessant. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.